ich muss mir eine Zuckerwattemaschine holen natürlich dann mach ich mir große weiße Böllchen zuhause dann fressen die dadurch das ist ganz geil erzähl weiter du hast mich jetzt schon hast mich da können wir ja wieder mal Zeit zum Grillen und mal Zuckerwattemachen wie du also ich habe jede Menge Zeit naja wann hast du denn mal Zeit jetzt wo du liiert bist ja das ist schlecht geworden schlecht geworden habe ich schon ehrt habe ich schon ehrt und jetzt gerade ja na sag mir mal einen Tag Michael können wir gerne und zwar auch klein auf ein kleines Zuharee treffen Naja ich merke das schon die sind ja auch da der Blick er beruhigt 2018 war das eigentlich von der ist ja noch alles offen ja der andere war fertig getroffen natürlich und B ist schon safe bei denen Leute wie war das super hey wer waren du da ich bin auch hier na ganz klar ich hatte so gedacht den need ich jetzt um da gibt es doch wohl drei Leute hier bei B hockt die denn hier rum hier alle Jani bann ihr das beste youtuber in aller zeiten ja wollte ich auch klar auspacken das hilft ja nicht unsichtlich ja komm kriegst du ja nochmal kriegst gleich mal retour das ding das war immer mal ein das ist noch Das hat er mir in den Weg geholt. wir platzieren aber da sind sie dir zu vollkommen sasse das ist ja auch nicht dem scheiß mg verdammt wenn ich mal die lüge machen wir weg wir holen Ja, das ist schon ehrlich. Oh, okay. Ja, da hat keiner was gewinnschmeißen. Psy, Arnie. Krieg auf den Sack hier. Ja. Da ist noch ein B mit Molly. Ey, könnt dem Strahl kotzen, Alter. Bist du noch? Ey, ich bin Gletscher. Was ist das los, ey? Stürb, Alter. Sie bewegen sich durch die Wohnung. Oh, oh. Ich schmeiße eine Haftgranate. Ah, ein Faller Schuss. Das ist für Abschüsse, ja, ja. Ja, das ist ja der Sinn, ne? In dem Spiel soll sich ja auch loben. Batterie in der Bibliothek. Ja, ich meine, einen abknallt. Ganz klasse. Und du fährst ja Ripporisch, aber... Und du fährst ja Ripporisch, aber... Und du fährst ja Ripporisch, aber... Ah, liegt da eben auch vor mir, die Sau. Krieg dir. Ach, zufrieden. Ich weiß gar nicht. Weil der Super Ritchie hat so geschlagen sein. Na, kein Wunder. Na klar. Die wollte ich auch gerade haben. Ja, wirklich, woher sie hier will. Super Ritchie. Wir haben die Runde verloren. Ja. Das Ding haben wir, die Fahne schön quer den Arsch gekriegt. Er redet erst mal durch. Ich hab' mich doch beschissen. Ach, wir kommen hier. Was tut der denn, genau? Der hat dir beinahe am Rücken geknallt. Ja. Mit dir, ja, beinahe. Ey, da ist die los. Ey, die sitzen alle am Pfeffer, gucken wir nämlich. Shit. Die wollen die ja nicht haben, oder? Kann sein. Boah. Das ist ein Ripp, baby. Aber ich hab' ihn noch erwischt mit meiner Granate. Das ist ein Ripp. Ich hab' ihn noch erwischt. Ey, das gibt's doch nicht. Das sind ja nicht drauf. Oh, schön. Jetzt sind sie wieder eins, he? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, der macht ihn mit dich. Gibt's doch ja nie. Blöder Penner. das bäste ohne und da naja ich nehme bis diese unser oder wie war das hier sitzt direkt hier vor dem vor der straßenbahn links sind wir sind der sandzecke wollte bei der runde bleiben ja das letzte mal gesagt willst du mich verarschen wer ist schon etwas passiert ja eben habe ich mit meiner bombe steckt in unserem spawn punkt gekickt hier nach schon wieder klingt ganz nachher schafft das ist eigentlich bei B was gibt es noch nicht diese dumme sau hat er mir auch nicht geholt doch noch da sitzen sie alle jenig ich bin mal ganz freundlich angesprungen da war dann ein super runter gesteckt was los ist gemacht das ist schön bin sie muss man sie mal gestorben aber nicht mal wieder ein rampensau so kann halt eine runde oma laufen